Hallo, ich bin Alina Deferhier, bin 18 Jahre alt, spiele bei der Haarski Hannover-Bahnstädt auf der Rückraumlinken und Kreispositionen, kann noch in der A-Jungen Bundesliga spielen und so setze ich in der ersten Nacht. Ich mache gerade mein Freiwilliges Soziales Jahr beim Handballverband Niedersachsen und momentan befinden uns auf der Geschäftsstelle. Ich habe hier relativ viele verschiedene Aufgaben. Ich bin dabei, bei Lehrgängen vor- und nachzubereiten, arbeite viel mit den Landestrainern zusammen, aber habe durch das FSJ auch die Möglichkeit, zwei Mal die Woche zu trainieren. Durch das FSJ habe ich die Möglichkeit, zusätzlich zum Vereinstraining auch noch im nahegeliegenden Internat zu trainieren, was ja auch im Frühtrainingsbereich als auch im Kraftraum möglich ist. Erst einmal ein frohes neues Jahr 2017. Wir befinden uns gerade im LSP am Sportalternat, wo ich auch mal frühtraining absolviere. Wir würden uns freuen, euch zahlreich in der Halle am 8.01.2017 begrüßen zu dürfen. Um 16 Uhr treffen wir dort auf DJK MRC Trier. Wir freuen uns auf euch. Bis dann! 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 Bis dann!